so leute da bin ich wieder zurück eigentlich wollte ich euch nur gerade das zweite zeichen zeigen bzw das jetzt erhalten aber auf dem weg dahin gerade noch ein epischen sieg holt mit 13 kills und ja ich spiele immer noch auf dem pc keine ahnung was in der runde los ist ich weiß nicht ich glaube ich nicht raus und wie ihr seht es ist pc lobby ihr seht meine maus und keine ahnung was da los war so gehen wir jetzt erst mal rein bzw warte mal müsste eigentlich anders jetzt funktionieren denn ich hab's für euch extra schon vorbereitet ein batch bekommen you earned one mere batch congrats und dann würde ich sagen abfahrt you have collected six batches and received bla 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 i'm a german player deshalb rede ich weiter deutsch so wir sind jetzt hier schon in der mitte extra noch für euch durchgezogen jetzt gerade 22 uhr ich würde sagen wir gehen aber gerade mal in game ja und man kann es erneut abspielen also der leuchtende krieger wie gesagt was müsst ihr machen immer noch dasselbe wie vorher einfach 40 minuten in der solo duo trio oder squad runde sein macht ganz einfach ich so habe es jetzt die ganze zeit eigentlich auch gemacht ich bin einfach in die runde reingegangen kleider gezogen irgendwo gelandet bisschen was gelootet fertig halt einfach bis die zeit rum ist es dauert immer ein bisschen bis ihr die zeit gut geschrieben bekommt aber wenn ihr die seite quasi nebenbei offen habt ich sage ich war in der runde dann hat es aktualisiert und alles klar kannst gleich aufnehmen euch noch zeigen was ihr bekommt und noch mal ganz kurz so sieht das ganze dann aus hallo einmal abspielen hat kein bock mehr naja kein bock mehr so aber dann würde ich sagen wenn ich wollte kein bock mehr dann habe ich eigentlich auch so weit alles erklärt wie gesagt einfach nur solo du die oder team spielen dann bekommt ihr das auch und in dem sinne würde ich sagen euch schon schönen abend bzw die meisten werden es wahrscheinlich erst morgens sehen euch schon schönen tag und in dem sinne haut herein